Herzlich Willkommen auf diesem Kanal. Danke, dass Sie mir Vertrauen schenken. Wenn es Ihnen hier gefällt, dann geben Sie mir bitte ein Like, aktivieren Sie die Glocke und abonnieren den Kanal, damit Sie in Zukunft nie mehr etwas versäumen. In diesem Video möchte ich Ihnen Ihr Jahreshoroskop 2023 präsentieren. Wir beginnen mit dem Horoskop, das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Vita. Freuen Sie sich auf das Jahr 2023. Es wird für Sie sehr erfolgversprechend, denn gerade Sie als Vita profitieren davon, dass der Mars, der Herrscherplanet, über Ihr Zeichen ist. Ihr Horoskop zeigt, dass das Jahr vor allem für geschäftliche Partnerschaften sehr wichtig ist. Gehen Sie dabei immer ruhig und überlegt vor. Die Planung neuer Ziele und Vorhaben steht unter guten Sternen. Insbesondere Jupiter greift Ihnen unter die Arme. Horoskop Vita 2023, Ihre Glückstage. 4. Januar 2023, Sie haben eine sinnliche, erotische Ausstrahlung. 18. März 2023, ein Kompliment, macht Sie stolz. 5. April 2023, Erfolg im Job. 23. September 2023, man kann etwas klären. 13. Oktober 2023, hohe Gewinnchancen, Sie sollten Lotto spielen. 21. Dezember 2023, Sie haben Glück in der Liebe. Das Vita, Jahreshoroskop 2023, die Liebessterne. Sie sind immer und ganz besonders im Marsjahr ein Glücksfall für Ihren Partner, solange Sie sich frei fühlen. Deshalb lassen Sie sich nicht in Ketten legen. Sie lieben es zwar, Ihr Herzblatt zu verwöhnen und zu überraschen, aber nicht jeden Tag. Sobald Liebe, Lust und Leidenschaft zur täglichen Pflicht verkommen, ist es aus mit der Zärtlichkeit. Gut möglich daher, dass es im neuen Jahr einen Riesenknall gibt, weil eine Beziehung an Ihrer Freiheitssehnsucht scheitert. Aber keine Sorge, Sie haben und bekommen genau die bessere Hälfte, die zu Ihnen passt. Über eine ganz tolle Liebeszeit dürfen Sie sich vom 20. Februar bis 18. März freuen. Da leuchtet die Venus aus Ihrem Sternzeichen. Einen einsamen Witter wird man im Jahr 2023 sicher nicht finden. Sie werden geliebt und begehrt. Wer noch alleine durchs Leben schreitet, hat laut Horoskop 2023 auch in der Zeit vom 11. April bis 6. Mai die Chance auf eine wunderbare Begegnung, die sehr vielversprechend sein wird. Jahreshoroskop 2023 für den Witter, Beruf und Finanzen. Es rührt sich was im neuen Jahr 2023 und wie. Jupiter öffnet Ihnen im ersten Halbjahr die Türen ins Glück. Am stärksten bekommen Sie es laut Horoskop zu spüren, wenn Sie selbstständig tätig sind. Die Nachfrage steigt, Ihr Kundenstamm verdoppelt sich, Ihr Name wird bekannt. Vielleicht besteht sogar Interesse an einer Investition in genau Ihr Unternehmen. Aber auch in fixen Jobbeziehungen warten sehr angenehme Überraschungen auf Sie. Wichtig für alle Witter, scheuen Sie sich nicht von dem Gebrauch zu machen, was Sie am besten können. Beziehungen knüpfen, ausbauen und warm halten. Im Marsjahr dürfen Sie sich auf rentable Geschäfte freuen. Im Herbst sollten Witter auf einen beruflichen Wechsel auf jeden Fall verzichten. Selbst dann, wenn das Neue noch so verlockend erscheint. Der Schein drückt, gute Chancen sich weiter zu entwickeln, bietet der Monat November. Der Witter und die Gesundheit für das Jahr 2023. Mit Mars haben Sie relativ stabile Aspekte zu erwarten. Selbst Stressphasen stecken Sie locker weg. Und sollte es Ihnen zu hektisch werden, verstehen Sie es gut, rechtzeitig Ruhepausen einzulegen und wieder Energie zu sammeln. Achten Sie auf Ihren Körper, wenn sich kleine Zimperlein einschleichen. Sehen Sie nicht achtlos darüber hinweg, sondern gehen Sie der Sache gleich auf den Grund. So können Sie chronischen Beschwerden gut vorbeugen. Eine sehr gute Phase haben Sie aus Witter Ihrem Horoskop nach zu urteilen im Sommer. Sie können aufdanken und sogar einen Urlaub oder eine Kur planen. Mars steht im September ungünstig. Sie sollten sich in der Zeit nicht zu viel vornehmen. Alles in allem erfreuen Sie sich im Marsjahr aber bester Gesundheit. Kleine Wehwehchen stecken Sie schnell weg. Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Stier Mars ist der Herrscherplanet des Jahres 2023. Er sorgt immer wieder für positive Umstände, die keine Veränderungen möglich machen. Nutzen Sie seine starke Energie, um festgefahrene Dinge wieder in Bewegung zu bringen. Für die Liebe sagt Ihnen Ihr Horoskop 2023 voraus, dass Sie alte Verhaltensmuster aufbrechen oder einen neuen Anfang starten können. Jetzt ist es an der Zeit, dass Sie die Dinge in Ihrem Leben selbst in die Hand nehmen und die Liebe in Ihr Herz lassen. Horoskop 2023 für das Sternzeichen Stier Ihre Glückstage 8. Januar 2023 Geniale Einfälle bringen Sie im Leben weiter 19. März 2023 Sie bekommen Klarheit 5. Mai 2023 Man umschwärmt Sie, man vergöttert Sie 22. Oktober 2023 Ihr, Ihre Partnerin zeigt Ihnen, wie sehr er Sie liebt und braucht 5. November 2023 Ihre Forderungen werden erfüllt Das erwartet ein Stier 2023 in der Liebe Für Sie gilt im Jahreshoroskop 2023 in Sachen Beziehungen und Familie Trennungen sind Out- und Heirandsanträge in Besonders geeignet für den Gang zum Traualtar Die Monate Februar, April Auch im Mai 2023 und im Dezember ist die Gelegenheit günstig Aber natürlich müssen Stiere nicht gleich heiraten, um 2023 glücklich zu werden Auch ohne Traurschein wird es schöner, friedlicher, harmonischer Die Beziehungswogen glätten sich und selbst Partnerschaften, die völlig ausgekühlt sind, bekommen neuen Schwung Verantwortlich für die frisch entfachte Liebesglut ist nicht etwa Venus, sondern Jupiter Er macht Sie romantisch, zärtlich, vielleicht auch ein bisschen überschwänglich Ihr Horoskop zeigt an, dass 2023 eine besondere Begegnung möglich ist Ein Mensch, der vom Himmel dafür bestimmt ist, an Ihrer Seite durchs Leben zu gehen Sie müssen also offen, aber auch ein bisschen kritisch sein Damit Sie die große Liebe, die Ihnen Ihr Horoskop vorhersagt, nicht verpassen Jahreshoroskop 2023 für den Stier, Beruf und Finanzen 2023 wird zwar ein Jahr der neuen Ziele und Horizonte Aber trotzdem bleiben Sie im Job am Ball und können sich auf satte Zuwachsraten und außerplanmäßige Beförderungen freuen Dank Jupiter, zuständig für Glück, Geld und gute Worte und Uranus verantwortlich für Fantasie und neue Ideen Unterstützt wird die positive Planetenbauer noch durch Saturn, der Sie ab 7.03. das Jahr über begleitet Dieser Stern bekommt oft schlechte Noten Man sagt, Saturn würde einen bisacken und behindern Das stimmt grundsätzlich auch Aber einem Menschen wie Sie, einem Stier, der pflichtbewusst sein Arbeitsspezium erledigt, bringt Saturn eher Segen Man wird belohnt für das, was man leistet Planet Merkur hält sich in der Zeit vom 3.4. bis 10.6. das wird Ihr Leben zusätzlich befruchten Stierhoroskop 2023 die Gesundheit Ihre körperliche und geistige Gesundheit spielt in Ihrem Horoskop 2023 natürlich auch eine wichtige Rolle Sie dürfen sich freuen, gesundheitlich könnte es nicht besser laufen Uranus, Mars und Jupiter sind für Sie da Das gibt natürlich Kraft, um die besten Aussichten, gesund zu werden oder es zu bleiben Laut Horoskop sind Sie jetzt auch einmal ausgefallene Heilmethoden begünstigt Uranus verspricht Erfolg Alle vorbeugenden Maßnahmen helfen, körperliche Reserven zu schaffen Wenn Sie an chronischen Beschwerden leiden, ist im Marsjahr 2023 Besserung in Sicht Mars steht vom 10.7. bis 26.8. günstig Ihr Horoskop rät, bewegen Sie sich viel und suchen Sie eine Sportart, mit der Sie überschüssige Energie aufarbeiten können Im Herbst ist die richtige Zeit, um Umstände abzuschaffen, die Ihre Gesundheit nicht bekommen Auch im Oktober können Stiere viel Gutes für Wohlbefinden tun Mars bringt Lebenslust und Aufschwung Kleine Zipperlein haben keine Chance Die sind schnell wie weggeblasen Nur zum Jahresende kann es die eine oder andere Verstimmung mit Mars geben Achten Sie in dieser Zeit des Jahres vermehrt auf Ihre körperlichen Reaktionen Aber keine Sorge Jupiter steht günstig und ist ein Gegenspieler Sie sind schnell wieder über dem Berg Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Zwillinge Sie spazieren gern auf der sonnigen Seite des Lebens Locker, lässig, charmant So kennt man sie So liebt man sie, lieber Zwilling Und so wird man sie 2023 im Jahr des Planeten Mars auch wieder erleben Kurz Das Jahr 2023 wird leicht, aber nicht leichtsinnig Kreativ, aber nicht chaotisch Fantasievoll, aber auch pragmatisch Ein Jahr der vielen Ideen Von denen die Zwillinge, also sie, durchaus die eine oder andere in ihrem Leben in die Tat umsetzen Horoskop 2023 für das Sternzeichen Zwillinge, ihre Glückstage 3. Januar 2023 Sie spüren, wie stark Ihre Ausstrahlung ist 13. Mai 2023 Jemand macht Ihnen Mut für ein wichtiges Gespräch 7. August 2023 Unerwartetes Geldglück 24. November 2023 Es gibt interessante Neuigkeiten 12. Dezember 2023 Sie fühlen sich geliebt und sind zufrieden mit sich Jahreshoroskop Zwillinge 2023 Die Liebessterne Mit keinem Zeichen kann man so unbeschwert und unbekümmert die Liebe genießen, wie mit Ihnen, lieber Zwilling Ihr Horoskop 2023 verrät, dass Sie im Masjahr von Moment zu Moment driften Von einem Reiz zum nächsten Verlieben sich heute unsterblich und haben am nächsten Morgen all Ihre treue Schwüre vergessen Aber spätestens Mitte des Jahres haben Sie erkannt, wie toll es doch ist, die Geborgenheit, die Intensität einer festen Beziehung zu genießen Denken Sie immer daran, Sie sind also auch nur ein Mensch Aus einer lockeren Bindung kann dann im Juni etwas Ernstes werden Und Sie haben nicht einmal das Gefühl, ein Stück Freiheit für die Liebe aufzugeben Die Ihnen eigentlich ja auch sehr wichtig ist Wenn Sie schon in einer langjährigen Bindung leben, dann kehrt an Quenus von Juni 2023 bis Oktober neuer Schwung ein Gemeinsame Unternehmungen, wie zum Beispiel Urlaub oder ein Hobby, schweißen Sie noch mehr zusammen Die besten Flirtzeiten für Singles sind laut Ihrem Horoskop 11. April bis 6. Mai 2023 8. November bis 4. Dezember 2023 Jahreshoroskop 2023 für die Zwillinge, Beruf und Finanzen Infolge der günstigen Positionen von Saturn und Jupiter werden Zwillinge heiß gehandelt Wenn es 2023 um die Besetzung von Top-Positionen geht Es ist, als hätten Sie niemals etwas anderes gemacht, als erfolgreich zu sein Als Karrierekiller könnte sich allerdings erweisen, dass Sie Ihrem eigenen ausgemachten Leistungsdruck nicht gewachsen sind Dass Sie Angst haben zu versagen, weil Sie Ihre eigenen Ansprüche viel zu hoch stecken Außerdem wird folgendes wichtig, das richtige Timing Und da geben die Sterne eindeutig grünes Licht Für die Phasen zwischen dem 11. Februar und dem 2. März und den Monaten Juni und Juli Im Oktober heißt es dann, nochmal Kräfte sammeln und zeigen, was alles in Ihnen steckt Die Zwillinge und die Gesundheit für das Jahr 2023 Mars freut sich zum Übermut an Gibt Ihnen das Gefühl, dass Sie alles schaffen, alles erreichen Jetzt gleich und nicht morgen Er treibt Sie an und verleiht Ihnen Energie Aber es gibt auch eine Warnung in Ihrem Jahreshoroskop Mars macht hin und wieder übermütig Das ist nicht unbedingt förderlich für Ihre Gesundheit Der Planet ist zwar zeitweilig ein kluger Fitnessberater Ihr innerer Arzt, der Sie ermahnt, wenn Sie sich wieder einmal überfordern Aber das ist nicht immer der Fall Gleich zu Beginn des Jahres treibt er Sie zu Höchstformen an Mut dir nicht zu viel zu, verzettel dich nicht Flüstert Ihnen dann der himmlische Doktor wiederum auch zu Der Sie an Ihre gute Vorsätze erinnert Zu wandern, auch mal ein paar Runden, um Ihr Haus zu laufen Aber der Ihnen auch Mut macht Der Sie vor den schlimmsten Fehlern bewahrt Wenn ein kritischer Mars im Krebs Sie zwischen dem 10. Juli und dem 26. August schwächt Möglich, dass sich ein paar Beschwerden bemerkbar machen Dass Sie plötzlich unerklärbare Ängste beschleichen Hören Sie in sich, setzen Sie sich in die Sonne Versuchen Sie täglich einmal zur absoluten Ruhe zu kommen Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Krebs Jetzt zahlt sich aus, wofür Sie die letzten Jahre geschuftet, worauf Sie gewartet und verzichtet haben Finanziell, beruflich und in der Liebe Ein leichteres, vergnüglicheres, freudvolleres Leben erwartet Sie 2023, lieber Krebs Jupiter bringt laut Ihrem Horoskop frischen Wind in Ihre Freundschaften und dann auch in Ihr Berufsleben Horoskop 2023 für das Sternzeichen Krebs, Ihre Glückstage 8. Februar 2023 Ihr, Ihre, Partner, Ihnen trägt Sie auf Händen 24. April 2023 Freuen Sie sich über ein unerwartetes Kompliment 10. August 2023 Es gibt eine freudige Überraschung 13. Oktober 2023 Ihre Karrierekurve erreicht Spitzenwerte 22. November 2023 Sie haben ein gutes Händchen für Finanzen Das erwartet den Krebs 2023 in der Liebe Lieber Krebs, Planet Jupiter zieht ab 16. Mai in das Zeichen Stier ein Und Sie dürfen mit seiner Gunstrechner Ihr Horoskop besagt, dass bestehende Beziehungen eine harmonische Phase erleben werden Und wenn sich in letzter Zeit Probleme im Zusammenleben ergeben hatten, wird sich alles wieder fügen Gehen Sie im Marsjahr aber in Ihrer Beziehung nicht zu stürmisch vor Lassen Sie Ihren Schatz auch mal zu Wort kommen Das gilt vor allem vom 25.03. bis 19.05. Wenn Mars in Ihrem Zeichen weilt Er verleitet Sie dazu, heftiger zu reagieren als sonst Und Dinge schnell persönlich zu nehmen Sehr gute Monate sind der Februar und der Oktober Mit überaus romantischen Liebeserlebnissen Auch der Dezember wird äußerst interessant und ereignisreich Viele Wünsche gehen in Erfüllung Sie könnten Ihr Herzblatt finden Jahreshoroskop 2023 für den Krebs Beruf und Finanzen Mars entzündet im Marsjahr 2023 das Feuer der Begeisterung Nicht nur, wenn Sie im Beruf das richtige Ziel ansteuern, sondern auch wenn Sie die Chance ergreifen, Ihre finanziellen Sorgen in den Griff zu bekommen Eine berufliche Möglichkeit bietet sich Ihnen laut Horoskop zwischen dem 25. März und 19. Mai Weil Mars durch Ihr Sternzeichen wandert Es erwarten Sie Ihr Erfolgstage Die für Sie als Krebs Ihr Leben entscheidend verändern können Sie werden es spüren, wenn Sie auf Ihre innere Stimme hören Wenn Sie Ihren Eingebungen vertrauen, die Ihnen sagen, wie Sie jetzt im Beruf weit nach vorne kommen können Und wie Sie Ihre goldene Geldidee verwirklichen können Im September macht Merkur Ihnen Mut Wenn Sie in eine Krise geraten, die Ihnen Sorgen macht Sie finden auch ganz schnell eine Lösung für ein Problem Jahreshoroskop Krebs 2023 die Gesundheit Ist die Seele gesund, ist der ganze Mensch gesund Darum ist der Bereich Gesundheit im Jahreshoroskop ebenfalls wichtig So gesehen haben Krebse im Marsjahr 2023 nichts Ernsthaftes zu befürchten Gerade Sie neigen ja dazu, Probleme von außen nach innen zu verfrachten Sie grübeln, zweifeln, kämpfen an allen Spannungen im Herzen aus Aber im Jahr 2023 verläuft Ihr Seelenleben in ruhigen, klaren Bahnen Mars stärkt Ihre ohnehin starken Selbstheilungskräfte Diese Kräfte spüren Sie das ganze Jahr über Vom 7. Mai bis 4. Juni, wenn Mars in Ihrem Zeichen steht Blühen Sie richtig auf Sie fühlen sich topfit und vital wie schon lange nicht mehr Diesen Effekt können Sie mit Meditation oder einem Wellnessprogramm noch nachhaltig verstärken Kleinere gesundheitliche Probleme können im letzten Jahresviertel entstehen Wenn Mars vom 8. November bis 4. Dezember nicht so doll steht In dieser Zeit sollten Sie auch besonders darauf achten, sich nicht zu überanstrengen Aber mit etwas Vorsicht und Nachsicht gegenüber Ihrem Körper wird 2023 ein sehr gutes Jahr für Ihre Gesundheit Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Löwe Sie sind ein ganz besonderer Mensch Sie sind auf der Welt, um Licht unter die Menschen zu betragen Nach schwierigen Zeiten kriegen Sie 2023 endlich die Kurve Sie bekommen, was Sie wert Sie sind lieber Löwe Sie träumen nicht mehr vom Glück, sondern haben es in der Tasche Können nach ihm greifen Es in Ihrem Leben fühlen Allerdings dürfen Sie jetzt auch nicht gleich zu einem materialistischen Menschen werden Der Geld über alles andere stellt Sie müssen sich treu bleiben Ihre Ideale hochhalten Ihr Horoskop verrät Ihnen mehr Details Jahreshoroskop 2023 Löwe, Ihre Glückstage 11. Februar 2023 Sie werden umschwärmt Das schmeichelt Ihnen 19. März 2023 Sie könnten die ganze Welt umarmen 11. Juni 2023 Es wird so herrlich romantisch Genießen Sie es 27. Juli 2023 Sie bekommen, was Sie möchten 4. Dezember 2023 Im Job läuft es rund Das Lauf erwartet den Löwen 2023 in der Liebe Wenn Saturn ab 6. März aus der ungünstigsten Position verschwindet Dann haben Sie, lieber Löwe, laut Ihrem Horoskop 2023 wieder freie Bahn in Liebesdingen Ob in einer Beziehung oder nicht Sie werden wieder Schmetterlinge im Bauch spüren Die Welt durch rosarote Brille sehen Und vor lauter Liebe mit den Wolken selig über den Himmel ziehen Sie haben das Ende des dunklen Tunnels erreicht Indem Sie durch den Einfluss von Saturn gelandet sind Sie sehen wieder Licht Sogar Eintagsfliegen oder flüchtige Flirts gehören wieder zum Programm vom Löwen Das macht natürlich vor allem das Anbandeln wieder leicht Also liebe Singles, Augen offen halten Sollte es in Ihrer Beziehung schon länger kriseln Wird sich im Jahr 2023 zeigen, ob die Unstimmigkeiten ernst der Natur sind Ist das der Fall, dann schenkt Ihnen Venus von Juni bis Oktober die Möglichkeit Sich wieder neu zu finden Sich zusammenzuraufen Gemeinsam wieder nach vorne zu schauen Nutzen Sie diese Chance für Ihre Beziehung Jahreshoroskop 2023 für den Löwen Beruf und Finanzen Was immer Sie im Marsjahr beruflich vorhaben Stellen Sie die Weichen in den Monaten Januar bis einschließlich März, lieber Löwe Denn während dieser drei Monate ist Mars für Sie wohlwollend Für Ihre Jobstrategie ein ganz klares Erfolgsrezept Alles was Sie in diesen Monaten auf die Beine stellen Bewerbungen, Vorstellungsgespräche, Gehaltsverhandlungen, Kreditanträge Hat allerbeste Erfolgsaussichten Im Oktober und November ist eine kleine Flaute gegeben Jetzt nicht die Geduld verlieren, sondern lieber Kräfte sammeln für den Endspurt Ab Dezember deutet Ihr Horoskop 2023 darauf hin, dass es mit rasanten Schritten wieder aufwärts Und Sie alle Chancen haben, das Jahr mit einem Plus abzuschließen und mehr Geld zu verdienen Der Löwe und die Gesundheit für das Jahr 2023 Sie fühlen sich jünger, schöner wie neu geboren Solche Gefühle machen auch gesünder, geben Ihnen neue Bauer Manchmal werden Sie im Marsjahr 2023 diese Kraft auch wirklich brauchen Im April und November müssen Sie die eine oder andere Marsflaute überstehen Heißt im Klartext, Sie fühlen sich in diesen Wochen erschöpft und ausgebaut Aber keine Angst, Sie kommen gut durch diese Zeit Ihr Horoskop verspricht Besserung Sie können aber auch schon früh vorbeugen Wie wäre es damit, im Juni eine kleine Auszeit zu nehmen Ein paar Urlaubs- oder Rückzugstage, was auch immer Um im Winter gegen üblichen Grippen wie in der Darken gewappnet zu sein Sollten Sie rechtzeitig auf eine vitaminreiche Ernährung achten So können Sie dann fit und aktiv ins neue Jahr starten Das ist doch wunderbar Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Jungfrau Viele Hindernisse stellen sich Ihnen im Jahr 2023 nicht in den Weg Auch wenn wir in schwierigen Zeiten leben Sie finden immer eine Lösung für auftretende Probleme Und sorgen auch immer für den Fall der Fälle vor Das ist Ihr Erfolgsrezept Alle Veränderungspläne, die Sie anstreben Sind laut Ihrem Horoskop 2023 von lang anhalteten Erfolg gekrönt Beruflich können Sie Ihren Wirkungsbereich vergrößern Schließlich haben Sie viele Talente und Fähigkeiten Jahreshoroskop 2023 Jungfrau, Ihre Glückstage 8. Februar 2023 Man zeigt Ihnen, wie sehr man Sie liebt und schätzt 30. März 2023 Liebe auf den ersten Blick 26. Mai 2023 Ein klärendes Gespräch bringt Sie weiter 25. August 2023 Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl 22. November 2023 Das Glück ist auf Ihrer Seite Das erwartet die Jungfrau 2023 in der Liebe Liebe Jungfrau, Sie werden im Masia die Lust verspüren, Ihre Beziehung neu zu beleben und mit dem der Partnerin Dinge zu unternehmen, die gemeinsam viel Spaß machen Ihr Horoskop 2023 verrät, dass frischer Wind in Ihre Liebesbeziehungen kommt Sie entwickeln gemeinsam neue Ideen Eine gute Zeit, um etwas müde gewordene Beziehungen wieder zu beleben, ist im Februar, im März, im Mai und auch in der zweiten Jahreshilfe 2023 im Dezember Gehen Sie offen auf Ihre, Ihren Partnerin zu Man wird Ihre Anregungen gerne annehmen Und wenn wieder mal Tage dabei sind, an denen Sie sich ungeliebt fühlen, dann geben Sie nicht Ihrem Schatz die Schuld Versuchen Sie, sich für sich persönlich einen schönen seelischen Ausgleich zu schaffen Wenn Sie ohne Partnerin sind, dann sind der Januar, der April und November ein toller Zeitpunkt, um die Augen offen zu halten und jemanden kennenzulernen Es könnte sogar die große Liebe dabei sein Jahreshoroskop 2023 für die Jungfrau, Beruf und Finanzen Ein Blick auf Ihr Horoskop für die Bereiche Job und Finanzielles verrät sehr schnell Geld, Ruhm und Ehre sind Ihnen im kommenden Jahr zwar so gut wie sicher Aber bevor der warme Goldregen auf Sie herunterprasselt, müssen Sie sich noch etwas gedulden Vor allem Februar und März gehören mehr zu den wenigen erfolgreichen Monaten für Sie als Jungfrau Statt Expansion, Stagnation, statt Aufstieg, Abstieg Dafür bringen der April, Mai und Juni garantiert erste Erfolge Dann haben Sie zur richtigen Zeit die richtigen Ideen und damit den Geld-Joker in der Tasche Es kann sich im Gegensatz zu den letzten Jahren einiges ändern Apropos Finanzen Jupiter im Stier verleiht Ihnen im Jahr 2023 ein sicheres Gespür für Business und Paares Da sollten Sie die Möglichkeit nicht außer Acht lassen, durch geschickte Anlagen und Investitionen vielleicht Ihr Vermögen zu vergrößern Vertrauen Sie da auf die Kräfte des Glücksplaneten Jupiter Die Jungfrau und die Gesundheit für das Jahr 2023 Sie setzen sich gesundheitlich oft selbst unter Druck und wittern hinter kleinen Beschwerden gleich die schlimme Krankheit Sicher sollte man auf seinen Körper hören und reagieren, wenn etwas zwickt, aber im Maßen, liebe Jungfrau Im Maasjahr 2023 dürfen Sie damit rechnen, fitter denn je zu sein Sie könnten regelrecht Bäume ausreißen Im Hinblick auf die Gesundheit haben Sie nichts zu befürchten Der Körper regeneriert sich, eilende Maßnahmen zeigen einen sehr guten Erfolg Möglich, dass Sie im Frühsommer unter einer Anfälligkeit für Allergien zu leiden haben Eine homöopathische Therapie schafft unter Umständen nicht schneller, aber gründlicher Erleichterung als herkömmliche Mittel Am wichtigsten aber ist, dass Sie in stressigen Zeiten immer wieder für regelmäßige Pausen sorgen Dass Sie einen Ausgleich im Leben finden Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Waage Das größte Glück in Ihrem Leben heißt 2023 für Sie als Waage Liebe Laut Horoskop finden Sie sie, wenn Sie nicht nur auf Ihren Kopf hören, sondern auch Ihren Gefühlen vertrauen Singles können eine neue Beziehung eingehen Auch beruflich kommen Sie gut weiter Und hier ist es so, dass Sie Mut benötigen Vielleicht müssen Sie in etwas hineinspringen, wovon Sie bislang keine Ahnung hatten Aber Ihr Mut wird sich für Ihr weiteres Leben auszahlen Sie gehören zu den Gewinnen Horoskop 2023 für das Sternzeichen Waage, Ihre Glückstage 10. Januar 2023, eine Idee kann schon bald mehr Geld bringen 5. April 2023, Sie freuen sich auf neue Herausforderungen 20. Juni 2023, in der Liebe schweben Sie auf Orke 7 23. September 2023, ein geplantes Projekt wird erfolgreich 17. Oktober 2023, ein Problem kann geklärt werden Das erwartet die Waage 2023 in der Liebe Liebe Waage, Ihr Liebesleben erfährt einen starken Aufwind Sie können Ihre Gefühle so ausdrücken, wie Sie es gern tun Vor Leidenschaft und Hingabe Und das Tolle daran, es wird so angenommen und auch erwidert Sie fühlen sich zeitweise wie im siebten Himmel Ganz besonders viel Liebe erfahren Sie laut Horoskop ab 20. Februar Wenn Venus im Sternzeichen Witter steht Singles finden jetzt womöglich den passenden Partner für eine glückliche Beziehung Ein guter Zeitpunkt für eine neue Beziehung ist dann auch im April und Juni Lassen Sie sich überraschen, alles wird gut Vorsicht ist aber im Mai geboten, da kann es sein, dass Sie vor lauter Übermut zu vorschranken und den einen oder anderen Menschen verschrecken, der Ihnen nahe kommen möchte Hören Sie auf Ihre innere Stimme, ziehen Sie rechtzeitig die Bremse Auch besteht die Gefahr, dass Sie alte Verletzungen nicht verzeihen und loslassen können Sie in Selbstmitleid versinken Das ist der verkehrte Weg Lassen Sie Altes in der Liebe los Jahreshoroskop 2023 für die Waage Beruf und Finanzen Angenommen Sie arbeiten seit langem in der gleichen Firma Dann können Sie sicher sein, dass Sie im Jahr 2023 einen Hinweis bekommen Man denkt über Sie und eine Beförderung nach Denn Sie sind gut, schon lange gut Aber erst jetzt ergibt sich eine Gelegenheit sich bei Ihnen in Form einer Beförderung zu bedanken Oder Sie haben seit längerem keinen Job Vielleicht musste Ihre Firma schließen Oder Sie sind Opfer von Intrigen geworden Auch dann können Sie sich sicher sein, dass sich etwas tut Beruflich bauen Ihnen die Sterne vor allem im Februar, März und September goldene Brücken Sie können Ihre Chancen noch dadurch verbessern Wenn Sie von sich aus aktiv werden und nicht abwarten Die Waage und die Gesundheit für das Jahr 2023 Mit Blick auf Ihr Horoskop ist Mars für Sie als Waage 2023 eine Quelle für Gesundheit und Vitalität Sie werden sich besser fühlen als in den Jahren zuvor Die manken von Ihnen zugesetzt haben Mars steht von Januar bis März günstig zu Ihrem Tierkreiszeichen Das ist eine wunderbare Heilerkonstellation Selbst für chronische Erkrankungen bestehen Chancen auf Besserung Auch im September und Oktober ist Mars eine Quelle der Kraft Der Gesundheit und neuer Jugend Grundsätzlich sollten Sie aber dennoch auf Ihre Schwachstellung die Nieren achten Trinken Sie viel Wasser und hin und wieder kräutert es Da spült Nieren und Blase durch und man beugt Krankheiten vor Auch das Thema Schönheit steht 2023 in Ihrem Leben im Vordergrund Denn jede Creme, jede Maske, jede Kur und Beautybehandlung wirkt in diesem Jahr besonders nachhaltig und entspannend Das Jahreshoroskop für 2023 für das Sternzeichen Skorpion Das Marsjahr wird Ihr Jahr, lieber Skorpion Jetzt können Sie der Welt zeigen, was in Ihren Inneren steckt Für Ihren Job bedeutet das, dass Sie bitte die Hand heben, wenn neue Aufgaben oder sonst etwas vergeben werden Selbst wenn im Moment nichts zurückkommt, laut Horoskop können Sie sicher sein, dass sich schon am Monat Mai alles ändern wird Und Sie Ihren verdienten Lohn erhalten Auch für Ihre Gesundheit gilt Ähnliches Was Sie jetzt an positiven Maßnahmen unternehmen, zahlt sich nach Ihrem Horoskop in ein paar Monaten aus Horoskop 2023 für das Sternzeichen Skorpion Ihre Glückstage 9. Februar 2023 Sie fühlen sich einfach nur gut 3. März 2023 In Geldingen haben Sie ein gutes Gespür 15. Juni 2023 Ihr Engagement bleibt nicht unbemerkt 23. August 2023 Alles läuft wie am Schnürchen 10. Dezember 2023 In der Familie eignet sich ein Glücksfall 2023 Horoskop Skorpions Eine Sterne in der Liebe Mit einem Blick auf das Horoskop 2023 wird klar, Sie haben eine gefühlvolle Zeit vor sich Es ist sogar möglich, dass Sie Ihrem Seelenpartner begegnen Die Begegnung mit Ihrer großen Liebe wird Ihr Leben aus den Fugen bringen, aber in angenehmster Weise Sie fühlen sich wie im siebten Himmel Aber bevor Sie Ihrem Seelenpartner begegnen, wird ein Flirt im Februar und März besonders aufregend sein Es wird zwar nicht gleich der, die Partnerin fürs Leben sein, aber mit einem bezauberten Menschen kann sich eine schöne und dauerhafte Freundschaft entwickeln Die Liebe von vergebenen Skorpionen wird von Uranus, dem Planeten der Veränderungen und des Wandels immer wieder mal getestet Sie möchten am liebsten aus Ihrer Beziehung ausbrechen und auf neuem Pfaden wadeln Doch Venus hält Sie zurück, denn in Ihrer Beziehung steckt noch Potenzial und es würde sich lohnen, dieses Potenzial hervorzuheben Ist da wäre Partnerschaft tatsächlich am Ende, dann wird Mars Ihnen rechtzeitig den Mut geben, um sich aus dieser Bindung zu lösen Romantisch wird es für Sie im Mai und Oktober, da ist Ihnen Venus ganz nah Jahreshoroskop, Skorpion 2023, Beruf und Finanzen Die ersten drei Monate im neuen Jahr 2023 werden Skorpione von Saturn herausgefordert In diesem ersten Quartal wird vieles in Ihrem Leben leichter Sie wissen, was Sie wollen und steuern gezielt auf Ihre Vorhaben zu Sie legen dann richtig los Ihr Horoskop macht deutlich, es ergeben sich immer wieder neue Möglichkeiten Viele Türen stehen Ihnen offen Finanziell wird es im Mars Jahr 2023 für Sie als Skorpion nicht gerade die beste Zeit Sie tun sich schwer, den Überblick über Ihre Finanzen zu behalten Sie geben viel zu viel aus und haben dann eine Zeit lang zu knapsen, um das Defizit wieder auszugleichen Stellen Sie gleich zu Beginn des Jahres einen Einnahmen- und Ausgabenplan auf Falls Sie mit Ihrem derzeitigen Job nicht mehr zufrieden sind, dann wird Jupiter Sie rechtzeitig an den richtigen Ort zur rechten Zeit führen Die Gesundheit im Skorpion, Horoskop 2023 Sie schlagen in vielen Lebensbereichen sehr oft über die Stränge Wissen nicht, wann es an der Zeit ist, aufzuhören Sie nehmen zu viele Arbeiten auf einmal an, können nicht Nein sagen und missachten die Zeichen Ihres Körpers, die Ihnen ihre Grenzen aufzeigen Ihr Kreislauf spielt dann hin und wieder verrückt und Ihre Energie schwindet Auch Saturn fordert Sie ganz schön, vor allem bis März Achten Sie darauf, eine gesunde Work-Life-Balance für sich zu finden Aufpassen sollten Sie vor allem auf Ihre Gelenke, eine falsche Bewegung und schon macht das Knie oder der Rücken Probleme Passen Sie auf, wenn Sie mit einer für Sie bisher ungewohnten Sportart beginnen Sportarten wie Joggen, Tennis, Squash und Skifahren sollten Sie mit Vorsicht genießen In stressigen Phasen sind Wellnessanwendungen eine wahre Wohltat für Sie Gönnen Sie sich das ganze Jahr immer wieder eine Auszeit Auch sanfte Sportarten wie Yoga oder Pilates sind für Sie sehr wirkungsvoll Ende des Jahres fühlen Sie sich dann wieder fitter und leistungsfähiger Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Schütze Die ganzen großen Überraschungen wird es in diesem Jahr nicht geben Dafür aber viele kleine amüsante Erlebnisse Im Marsjahr 2023 finden sich plötzlich Lösungen für anstehende Probleme Und mit ihrem Charme und ihrer Liebenswürdigkeit können Sie viel bewegen Die Liebe wird sich laut Horoskop 2023 für das Sternzeichen Schütze auch von Ihrer besten Seite zeigen Horoskop 2023 für das Sternzeichen Schütze, Ihre Glückstage 28. Januar 2023 Eine Aussprache bringt Erleichterung 3. Mai 2023 Im Job punkten Sie mit kreativen Vorschlägen 21. Juli 2023 Es ergibt sich eine lukrative Chance 15. September 2023 Lassen Sie sich in Liebestlingen überraschen 18. November 2023 Sie treten sehr überzeugend auf Jahreshoroskop 2023 Der Schütze und die Liebe Neues Jahr, neues Glück in der Liebe Mit Blick auf Ihr Horoskop wird klar Die Chancen stehen gut Dass Sie gleich zu Beginn des neuen Jahres 2023 Eine Begegnung haben werden Die Ihr ganzes Leben verändern könnte Im Januar 2023 beflügt Sie Venus Und bietet Ihnen Unterstützung in Liebeslingen Öffnen Sie sich einfach für das, was kommt Lassen Sie sich verzaubern und verführen Der Rest ergibt sich dann von selbst Natürlich wird es auch bei Ihnen Zeiten geben In denen Sie vielleicht verunsichert sind Zweifel bekommen Ausgerechnet im Wochenmonat Mai Könnten ein paar Wolken über Ihren persönlichen Liebeshimmel ziehen Hinterfragen Sie nicht alles doppelt Und dreifach Ein bisschen vertrauen müssen Sie dem Der Partnerin schon entgegenbringen Auch im Oktober beginnt eine Phase In der kleine Anflüge von Eifersucht Für Ernüchterung und getrübte Stimmung sorgen Dann sollten Sie eines nicht vergessen Im Mars Jahr gibt es kein Jein Da gibt es nur ein eindeutiges Ja oder Nein So oder so werden die Sterne darauf achten Dass sie immer genau wissen, woran sie sind Sie können eigentlich nicht viel falsch machen Alles in dem Allem gilt Das Jahr ändert, wie es begonnen hat Präglend, zärtlich und voller Glück Beruf und Finanzen Im Schützi Horoscope 2023 Ihr Sinn für Gerechtigkeit Und Ihr Teamgeist Bringen Sie im Mars Jahr weit nach oben Sie wissen, wie Sie Ihren Charme einsetzen müssen Um Chef und Kollegen auf Ihre Seite zu ziehen Im Juli und August setzt Ihnen Mars einen Floh ins Ohr Dass Sie alles hinschmeißen und neu durchstarten sollen Generell ist ja gegeben, einen Neuanfang nichts einzuwenden Aber für Sie ist die Zeit noch nicht reif Erst Ende des Jahres können Sie darüber nachdenken Im September kommt Stabilität in Ihre Finanzen Merkur hat die eine oder andere glorreiche Idee Mit der Sie Erfolg haben werden Aus einem Hobby kann zum Beispiel eine lukrative Einnahmequelle werden Achten Sie im Herbst auf spontane Eingebungen Diese können Sie weit bringen Sie bekommen Klarheit in einer bestimmten Sache Der Schütze und die Gesundheit für das Jahr 2023 Schützen haben das Bedürfnis, im Mars Jahr mehr für Ihre Gesundheit zu tun Wellness steht an erster Stelle Dann kommt regelmäßiger Sport und ein Ernährungsprogramm, das zu Ihnen passt Bis zum 15. Mai beflügelt Sie Jupiter Sie haben Bauer ohne Ende und haben das Gefühl, Bäume ausreißen zu können Im Juli und August muten Sie sich dann ein wenig zu viel zu Sie stehen unter Stress Hin und wieder zehrt auch Mars an Ihren Nerven Er macht Sie nervös, Sie schlafen schlecht und Ihr Kreislauf gerät durcheinander Saturn rät, dass Sie respektvoller mit Ihrem Körper umgehen Suchen Sie auch nach einem Ausgleich Wenn Ihnen die Arbeit über den Kopf wächst Vielleicht indem Sie meditieren, viel in der Natur spazieren gehen Die Arme öffnen und so neue Energie aufnehmen Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Steinbock Sie haben im Jahr 2023 nicht viel zu befürchten Dinge, die Sie bisher nur geplant haben Lassen sich laut Horoskopen und schnell in die Tat umsetzen Veränderungen in Ihrem Leben nehmen Sie gerne an Freuen sich auf die neuen Herausforderungen, die auf Sie zukommen Auch in der Liebe gibt es ein paar tolle Überraschungen Horoskop 2023 für das Sternzeichen Steinbock Ihre Glückstage 13. Februar 2023 Ihre Ideen kommen gut bei anderen an 18. Mai 2023 Ihre Familie ist Ihre Kraftquelle 23. Juli 2023 Ein Kompliment macht Freude 8. August 2023 Ihr Gespür führt Sie auf den richtigen Weg 15. September 2023 Ein neues Handy Hobby macht Spaß Das erwartet den Steinbock 2023 in der Liebe Wenn Mars im Juni im Sternzeichen Löwe steht Dann weckt er Ihre feurige Seite Sie spüren eine ungeheure Leidenschaft in sich Wenn Sie Single sind, dann kommen Sie aus Ihrem Schnittenhaus heraus und eroben Herzen im Sturm Sie entfachen ein regelrechtes Liebesfeuer Die VerehrerInnen stehen Schlange Und wie Sie sich entscheiden müssen, fällt Ihnen gar nicht schwer Denn dieser Maß macht entschlossen und Sie wissen genau, was und vor allem wen Sie in Ihrem Leben wollen Das macht Sie zum, zur Liebesgewinnerin des Jahres Auch in Partnerschaften kehrt neuer Schwung ein Vor allem bei Krisenbahnen schafft Saturn Klarheit Saturn verlangt, dass Sie Ihrer Partnerschaft noch mehr eine Chance geben, an Ihrer Krise arbeiten, sich Gedanken machen Was ist passiert, warum haben wir diese Krise, was kann ich dazu beitragen, damit es wieder harmonisch wird Was liebe ich an meinem Schatz noch, was gefällt mir gar nicht mehr an ihm Wenn Venus im Juli und August günstig steht, dann haben Sie gute Chancen für einen Neuanfang Alles wird gut Jahreshoroscop 2023 berufen Finanzen für den Steinbock Planet Saturn steht ab März günstig zu Ihrem Sternzeichen und legt Ihnen kleine Steine mehr in den Weg Viel Energie und Datendrang haben Sie im Mai, wenn Mars für Sie günstig steht Da sind Sie unschlagbar, da werden Probleme zu Seifenblasen, sie zerplatzen und lösen sich in Luft auf Mit Merkur findet man auch die richtigen Worte, um ein Missverständnis aus der Welt zu räumen Darüber sind Sie dann sehr erleichtert Mit seiner Unterstützung können Sie vom 9. Oktober bis 7. November die Chance für ein neues Aufgabengebiet bekommen oder sogar befördert werden Ein Jobwechsel ist gut für Ihre Finanzen Merkur wacht über Sie und bremst Sie, wenn Sie dabei sind, zu viel Geld für Dinge auszugeben, die Sie nicht brauchen Der Steinbock und die Gesundheit für das Jahr 2023 Zu viel Stress ist in der zweiten Jahreshälfte, macht Sie anfällig für die klassischen Steinbock-Symptome Rheuma und Ischias und vor allem für Knieprobleme Aus astrologischer Sicht folgen Steinbock-typische Übertreibungen Zu streng, zu ehrgeizig, zu taff Im Jahr 2023 haben Sie eine Menge vor in Ihrem Leben Wenn Sie Ihre starken Leistungen ohne Rhe genießen wollen, dann hören Sie nicht nur auf Ihren Kopf sondern auch ab und zu auf das, was Ihnen Ihr Körper sagt Entspannen Sie sich so oft es geht Trinken Sie jeden Tag ausreichend Essen Sie viel Salat und Gemüse Sparen Sie mit dem Salz Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Wassermann Im Marsjahr geht es Ihnen gut Sie bekommen Chancen und neue Möglichkeiten und wissen gar nicht, wo Sie zuerst beginnen sollen Auch die Liebe nimmt laut Horoskop einen wichtigen Raum ein Bestehende Beziehungen erhalten nach ein paar kleineren Krisen wieder frischen Wind Sie haben allen Grund zu Optimismus Denn das Jahr 2023 wird erfolgreich für Sie Horoskop 2023 für das Sternzeichen Wassermann Ihre Glückstage 20. Februar 2023 Ein lang geheckter Wunsch könnte sich erfüllen 18. März 2023 Die Welt liegt Ihnen zu Füßen 23. August 2023 Sie erhalten einen kleinen, interessanten Geldtipp 18. September 2023 Im Job ergeben sich neue Möglichkeiten 9. November 2023 Vorfreude ist die schönste Freude Das erwartet den Wassermann 2023 in der Liebe In Liebesdingen beginnt das neue Jahr für Ihre Begriffe etwas langweilig In Partnerschaften haben Sie viel zu tun um lästige Gewohnheiten, die sich eingeschlichen haben, zu beseitigen Das kann sich phasenweise sogar zu einer regelrechten Beziehungskrise ausweiten Planet Mars verlangt 2023 an Beziehungen zu arbeiten und Dinge, die Sie nicht möchten, nicht mehr so hinzunehmen, wie Sie bisher waren Eine längst fällige Aussprache steht an Bis Mitte des Jahres haben Sie die ersten Hürden geschafft Und es gibt mit dem Partner einen glücklichen Neustart Wenn Venus von Juni bis Oktober im Löwen steht Dann erwartet sie ein regelrechter Liebesturm Sie werden umschwärmt wie das Licht von den Motten Singles sind regelrecht im Flirtfieber Es ist gut möglich, dass viele Wassermann-Singles jetzt ihren Traumpartner empfinden Auch Mars spielt in Sachen Liebe eine große Rolle Er sorgt dafür, dass die Luft vor Liebe nur so knistert Es wird leidenschaftlich Vorsicht, aber ist im Dezember geboten Da könnten Sie durch unbegründete Eifersucht Ihren Schatz verärgern Jahreshoroskop 2023 Beruf und Finanzen für den Wassermann Lieber Wassermann, das Jahr fängt gut an Mars steht bis Ende März günstig zu Ihrem Sternzeichen und treibt Sie zu Höchstleistungen an Die Sie in Geld und Erfolg verwandeln können Diese Energie hilft Ihnen über Ihre finanziellen Sorgen hinweg Merkur ist Ihnen dann vor allem Mioni und Juli gewogen und belohnt dann Ihr Engagement und Ihren Einsatz Sprich, für das Geld, das sich auf Ihrem Konter niederschlägt Auch wenn es dieses am Anfang des Jahres 2023 noch im Minus stand ist, dem Finanzplaneten zu danken Was auch immer Sie erreichen wollen Welche Probleme Sie auch immer bewältigen müssen Nutzen Sie Ihre starke Phase voller Ideen und Einfälle Im Oktober fördert Sie Merkur in beruflicher Hinsicht Sie setzen sich in einer bestimmten Sache nun gekonnt durch Der Wassermann und die Gesundheit für das Jahr 2023 Sie machen sich eher wenig Gedanken um Ihre Gesundheit Ignorieren kleine Zipperlein Ihr Motor, viel Sport, Bewegung und frische Luft halten und machen gesund Im Asia aber reicht das nicht Mars rät Ihnen bewusst auf kleine Bewegungen zu achten und einen regelmäßigen Check-up beim Arzt zu machen Saturn schweckt Ihre Energie und Sie sind jetzt anfälliger für Infekte Auch der Stoffwechsel könnte ins Ungleichgewicht fallen Man nimmt entweder schneller zu oder aus unerklärlichen Gründen ab Aber bereits im April kommen Sie wieder zu neuen Kräften Ohne Sport geht gar nichts Auch wenn Sie nur regelmäßig mit dem Hund eine Stunde täglich spazieren gehen Sie müssen raus aus Ihren vier Wänden Sie leben Ihren Wunsch nach Bewegung richtig aus und das hat positive Folgen Sie sind fitter, aktiver, beweglicher und gesünder Im Herbst sollten Sie dann wieder etwas querzutreten Gut möglich, dass Sie sich etwas ausgebrannt fühlen und überarbeitet sind Können Sie sich deshalb rechtzeitig Ruhe pausen Gut sind auch lange Herbstspaziergänge Die Natur ist die beste Kraftquelle für Sie Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Fische Sie haben ein ereignisreiches Jahr vor sich in dem Saturn eine große Rolle spielt Er fordert in manchen Dingen Zurückhaltung und nicht alles verläuft reibungslos Aber keine Sorge, es gibt noch Jupiter der Ihnen letztendlich immer wieder kleine Glücksfälle zuschustert Wenn es um die Liebe geht dann wird diese auf eine solide und verlässliche Basis gestellt Horoskop 2023 für das Sternzeichen Fische Ihre Glückstag 5. Februar 2023 Sitztreten sehr überzeugend auf 3. März 2023 Ein Ziel rückt in greifbare Nähe 12. Juni 2023 Sie sind sich einer Sache nun sicher 9. Oktober 2023 Sie haben eine vielversprechende Begegnung 5. Dezember 2023 Jemand legt Ihnen sein Herz zu Füßen Das erwartet die Fische 2023 in der Liebe Ab 7. März steht Saturn in ihrem Zeichen Das bedeutet, dass ihre Liebe, ihre Ehe aber auch ihre Freundschaften im Jahr 2023 auf den Blühstand kommen Alles was nicht mehr gut für Sie ist, wird Saturn trennen Seien Sie aber nicht traurig darüber Vor allem wenn es im ersten Halbjahr passiert dass Jupiter Sie schnell wieder aufheitert Sie können jetzt sogar die große Liebe finden und diese hat unter Saturn garantiert Bestand Allerdings kann es sein, dass Ihre neue Beziehung unter erschwerten Bedingungen startet Lassen Sie sich aber davon nicht entmutigen Kämpfen Sie, wenn Sie spüren, dass Ihr Herz und Ihre Seele mit der neuen Liebe in Einklang sind Äußere Umstände sollten Sie nicht davon abhalten, Ihre Liebe leben zu dürfen Ende des Jahres knistert es, die Luft prickelt und die Emotionen schwäumen über Weiche Knie und Schmetterlinge im Bauch sind Ihnen sicher, wenn Venus im Skorpion steht Dann ist es für langjährige Singles endlich soweit Ihr Traummann oder Ihre Traumfrau steht leibhaftig vor Ihnen und Ihr Leben steht Kopf Jahreshoroskop 2023 Beruf und Finanzen für die Fische Eine Frage bereitet Ihnen im Marsjahr am meisten Sorge Werde ich den vielen Erwartungen gerecht? Den Erwartungen aus der Chefetage, der Kolleginnen, von Familie und Freunden, vom Partner oder von der Partnerin und nicht zuletzt auch Ihren eigenen Denn seien wir ehrlich Ihr schärfster Kritiker sind Sie selbst Da kann es schon mal passieren, dass Sie sich zu viel zumuten Immer noch eine Schippe mehr drauflegen und dann enttäuscht von sich sind Weil Sie nicht alles geschafft haben Noch dazu sitzt Ihnen Saturn im Nacken, der genau beobachtet, was Sie tun Aber keine Sorge, Sie werden letztendlich Ihren Weg finden und im Job allem gerecht zu werden Im Gegenteil, die Chance, dass Sie auf der Karriereleiter eine Stufe höher klettern werden, ist sehr hoch Ihre beste Zeit für Job und Finanzen ist jeweils im April, Juli, Oktober und November Die Fische und die Gesundheit für das Jahr 2023 Mars lässt Sie im April und Mai über die Stränge schlagen Sie haben das Gefühl, Bäume ausreißen zu können und nehmen jede Herausforderung an Da wird sich zum Marathonlauf angemeldet, die lange Bergtour gemacht und Sportarten ausprobiert An die Sie bisher nicht mal im Traum gedacht haben Aber es ist auch Vorsicht geboten Dieser Mars gibt zwar viel Energie, aber er erhöht auch die Verletzungsgefahr Machen Sie nicht mehr, als Sie Ihrem Körper tatsächlich zumuten können Lassen Sie gleich zu Beginn des Jahres einen Check-up beim Arzt machen Das kann sicher nicht schaden Legen Sie rechtzeitig Ruhepausen ein Gönnen Sie sich auch mal einen längeren Urlaub und lernen Sie einfach mal nichts zu tun Das war Ihr Horoskop im Mars Jahr 2023 Danke, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben Denken Sie daran Auch wenn im Horizont ein paar Wolken aufziehen Es wird auch wieder Sonnentage für Sie geben